Hallo meine lieben Freunde, hier ist Maler Rafa. Von der Jobfront gibt es Neues und zwar habe ich einen Job gefunden, oder also ich mache im Moment ein bisschen Malerarbeiten hier, da wo ich wohne, in der Airbnb-Hütte. Aber es hat sich auch noch was anderes ergeben und zwar gebe ich Englisch-Nachhilfe demnächst. Ich habe mich auf hellosensei.com angemeldet, eine sehr, sehr gute Seite. Genau, da gebe ich dann Englisch-Nachhilfe, da treffe ich mich morgen mit meinem Schüler und dann gibt es noch was anderes an der Sprachschule, wo ich im Moment im E-Mail-Kontakt bin mit Leuten. Also so langsam ist es vorbei mit Traveln und jetzt geht es mal los mit dem Worken, wie es aussieht. Und die Haare wachsen auch weiter. Also alles gut hier in Japan. Kurzes Update, Leute, viele Grüße nach Deutschland. Und hier ist übrigens gutes Wetter. Hier ist immer so 18, 20 Grad, ist sehr, sehr schön, sonnig. Und jo, was gibt es noch zu sagen? Ich grüße meinen Freund Simon, der gerade snowboarden ist. Sehr, sehr schön. Wir waren ja auch gerade snowboarden. Und wir waren in Universal Studios, da kommt dann auch noch ein Video, hoffentlich bald. Und jo. Tschau Leute, bis dahin.